It's been the best summer ever, feels the way to surf and change, the best summer ever, best summer ever. So, das heißt, es ist richtig gut aufgepasst bei unserem heutigen Summer Sale, weil dieses Gerät, das kann sich über die nächsten Tage und Wochen bringen. Und das jetzt zu einem Preis, wie er noch nie da war. Wir haben den Originalpreis fast halbiert, schauen wir uns später nochmal an. Aber Ingo, wenn man die Prognosen für die nächsten Tage und Wochen hört, kann einem schon, was die Temperaturen angeht, Angst und Bange werden. Ja, da wünscht sich jeder eine Klimaanlage oder Abkühlung und das bieten wir Ihnen hier an. Hier haben wir mal einen Artikel aus der Frankfurter Rundschau, dass der Hitzesommer jetzt so richtig auftritt. Wir prognostizieren eine neue Hitzewelle mit 40 Grad. Der Sommer 23 war zuletzt sehr heiß und es geht so weiter. Ein ganz interessanter Artikel. Es ist wirklich langsam unerträglich. Wir lieben alle das schöne Wetter. Aber ganz ehrlich, wenn man nur matt in der Ecke liegt, hat man auch keine Lust, noch irgendwas zu machen, weil es so heiß ist. Wir haben Luftkühler für Sie. Luftkühler, das müssen Sie sich vorstellen, ist wie ein Ventilator, der gedobt ist. Das ist ein Ventilator, der eben nicht nur ihre heiße Raumluft weiter verbreitet. Da kriegt man ein bisschen Wind ab, das ist auch schön kühlend. Aber hier kommt sogar kühle Luft raus. Gekühlte Luft, wie das alles geht, ist sehr, sehr einfach. Hier auf der Rückseite unten sehen Sie einen großen Kanister mit 6 Liter Inhalt und da kommt ganz normales Leitungswasser. Dieses Leitungswasser wird dann hier über diese Wadenstruktur vernetzt und dadurch entsteht Verdunstungskühlung. Wenn Wasser verdunstet, entsteht Kühlung. Das ist ein ganz natürlicher Prozess ohne Chemie, ohne Energieaufwand. Und damit sind wir beim großen Vorteil hier, dass wir hier dann kühle Luft rausbekommen. Keine normale warme Raumluft, sondern gekühlte Luft, die einen richtig Abkühlung verschafft. Hier gefühlt würde ich sagen so 5 bis 8 Grad zur Umgebungstemperatur, die hier rauskommen. Und das ist eine große, große Erleichterung. Weil wir hier also keine Chemikalien drin haben, wir haben keine Energie, außer jetzt, dass das Wasser da eben vernetzt wird und der Ventilator rausgeht, sind die sehr, sehr sparsam im Energieverbrauch. Der hier braucht nur 65 Watt. Wenn Sie den 10 Stunden laufen lassen, haben Sie noch nicht mal eine Kilowattstunde zusammen, dann sind Sie so bei 20, 30 Cent beim augenblichen Energiepreisen. Wenn Sie das jetzt mit einer Klimaanlage machen, sind Sie im Euro-Bereich. Das ist also eine Erleichterung, die nicht viel kostet. Die Stromkosten sind vernachlässigbar dabei. Und hier haben wir jetzt eben einen Deal, den ich so noch nicht gesehen habe. Wir haben das also wirklich halbiert, den Preis für Sie. Das ist unser Sonderkontingent jetzt. Ein absolutes Saisonprodukt, weil es ist einfach unglaublich warm. Wir haben heute Morgen im Studio gemessen, wir haben hier 25, 26 Grad. Wenn es bei Ihnen zu Hause auch so aussieht, vielleicht sogar noch wärmer, dann brauchen Sie Abkühlung, dann brauchen Sie einen Luftkühler. Der ist natürlich mobil, den können Sie überall hin mitnehmen, den können Sie sogar mit nach draußen nehmen. Da ist kein Abluftschlauch oder irgendwas dran, wie bei einer Klimaanlage. Und der hier mit der Leistung, die er macht, das schafft es eben tatsächlich mittlere bis so große Räume vernünftig für Sie, dass in diesen Räumen kühle Luft ist für Sie, dass Sie sich wieder wohlfühlen. Ja, man sagt nicht ohne Grund die clevere Alternative zur Klimaanlage. Ich glaube, viele, die sogar Klimaanlagen zu Hause haben, scheuen sich, diese anzuschalten, weil sie wissen, die Stromkosten würden einem die Haare vom Kopf fressen. Und jetzt gerade die letzten Nächte hatten wir tropische Nächte, ich habe da immer Riesenprobleme zu schlafen und ich habe einen Verdunstungsluftkühler bei mir im Schlafzimmer. Für mich der Riesenvorteil, ich kann meine Balkontür, mein Fenster trotzdem offen lassen und habe dann diesen kühlen Wind, die Meeresbrise auf Knopfdruck. Und es ist eben auch eine moderate Abkühlung, also nicht wie bei einer Klimaanlage, dass man da gleich in Gefahr läuft, wieder krank zu werden, weil da 20 Grad Temperaturunterschied sind. Sondern wirklich eine moderate Unterschied. Und der Stromverbrauch, den du angesprochen hast, ist unglaublich. Also eine Klimaanlage so im Schnitt 1000, 1500 Watt und hier sind wir ein Bruchteil davon. Und dann braucht man jetzt hier beim Einschalten überhaupt kein schlechtes Gewissen haben, auch keine Angst zu haben, dass da eine Riesenstromnachzahlung kommt. Und hier sehen wir es auch draußen, kann ich es auch noch verwenden? Das ist es ja, dadurch, dass er so mobil ist, kannst du den auch draußen benutzen? Diana, das war ein richtig heißer Tag, das haben wir, glaube ich, letzte Woche hier aufgenommen. Das war richtig heiß draußen. Das ist wirklich heiß und ich muss sagen, dass wir alle ein bisschen Sommer genießen möchten draußen. Aber zum Beispiel diese Klimaanlage können wir nicht draußen mit uns nehmen. Hier diesen Luftkühler, natürlich, das ist unsere Lösung. Also ich genieße auch sehr, sehr gerne immer draußen. Du kannst ihn mitnehmen, ja, dann kannst du später auch drinnen nehmen, ja, zum Schlafzimmer oder zum Wohnzimmer. Und ich muss sagen, als Frau, das sieht sehr, sehr elegant aus. Wirklich. Den kann man von allen Seiten angucken, ne? Ja. Und wie gesagt, er ist mobil, Sie kriegen natürlich eine Fernbedienung noch dazu. Er hat einen Immunisator drin, das heißt, die Luft wird auch noch gereinigt. Gerade, das ist ja auch ganz interessant jetzt, weil im Sommer, man schwitzt ein bisschen, man riecht nicht so gut. Gerüche werden damit eben auch noch neutralisiert. Und das Ganze zu einem unglaublichen Preis bei uns im Sommer-Sale für Sie. Also greifen Sie gleich zu, die nächsten Tage werden und auch Wochen werden unerträglich werden. Und dann ist das hier vielleicht die Erfrischung, die Sie dann brauchen. 75,99 Euro für einen Verdunstungsluftkühler in dieser Klasse ist der Wahnsinn. Und jetzt schauen wir mal auf Pearl.de. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei knapp 300 Euro. Bei Pearl.de schon recht günstig mit knapp 152 Euro. Aber den haben wir jetzt gerade mal im Prinzip halbiert auf 75,99 Euro. Aber Sie kennen das natürlich auch nur in begrenztem Kontingent. Wenn das weg ist, gilt sofort wieder der Normalpreis. Und ich glaube, spätestens nach dem nächsten Wochenende, wenn wir diese 40 Grad angekratzt haben, dann werden die Telefone nicht mehr stillstehen. Dann bekommt man die eben nicht mehr zum Sonderpreis und hat dann überhaupt Glück, wenn man noch mal einen ergattern kann. Wenn man jetzt mal sieht, in allen Läden, die Ventilatoren sind gerade ausverkauft. Da ist Rand drauf gewesen. Also da, wo ich war. Die letzten haben sie sich fast drum geprügelt. Ja, das waren hässliche Geräte dann zum Schluss. Ja, jetzt kommt man in den Temperaturbereich, wo aber Ventilatoren gar nicht mehr ausreicht, weil dann wirklich nur noch die warme Luft bewegt wird. Hier haben wir wirklich eine effektive Kühlung durch diese Verdunstungsluftkühlung. Und nochmal, gefühlt sind das dann gerne, also messbar, richtig messbar, ein Temperaturunterschied von drei bis fünf Grad. Ja, und gefühlt ist das dann auf der Haut, als wäre es zehn Grad kühler. Und Sie wissen, bei diesen hitzigen Tagen, wir haben das in den letzten Tagen auch erlebt, da wirklich sehnt man sich nach jedem Luftzug, nach der Meeresbrise. Und hier haben Sie im Prinzip so eine kühle Meeresbrise auf Knopfdruck. Ja, man kann da auch noch einen Timer einstellen, wenn man meinetwegen jetzt abends zum Schlafen gehen, eben noch so zwei, drei Stunden diese kühle Luft haben will, kann man das auch noch einstellen. Also sehr, sehr komfortabel. Nochmal, keine Chemie, keine Verbrauchsmaterialien dabei. Ganz normales Leitungswasser. Und dann können Sie den Sommer wieder richtig genießen. Auch mal draußen eben, das ist das Tolle. Ich habe vor zwei Wochen gegrillt, es ist die Hölle. Wenn du in der Hitze auch noch draußen am Grill stehst, da hast du nochmal ein paar mehr Grad. Hier kann man eben Abhilfe schaffen. Und das sind auch die Geräte, die viele Gastronomiebetriebe jetzt nach draußen stellen. Klimaanlagen darf man nicht nach draußen stellen. Die verschaffen Kühlung, damit man den Sommer genießen kann. Und das können Sie auch, wenn Sie jetzt anrufen und Sie sparen richtig viel Geld. Wir haben es gesehen, es ist die Hälfte des Preises von Pearl.de oder unseren Katalogkunden. Sie kriegen den Preis exklusiv, weil Sie jetzt Pearl TV schauen. Den kriegt sonst niemand. Und das Ganze haben wir ab Lager lieferbar. Auch ein großer Vorteil. Du hast es gesagt, Ventilatoren sind schon schwer in den Karten gekommen. Luftkühler ist gar nicht dran zu denken im freien Handel. Hier haben wir die Ablagerlieferbar. Wenn Sie jetzt anrufen, ist der in wenigen Tagen bei Ihnen. Und Sie können den Sommer genießen, wie sich das gehört. Und was Sie feststellen werden, wenn Sie Haustiere haben, die werden ab sofort dann einen neuen Lieblingsplatz haben. Man beobachtet das ja auch, wenn Hund oder Katze hat. Die suchen permanent eigentlich den kühlsten Platz, wo Sie sich dann hinlegen können. Und der wird in Zukunft vor Ihrem Verdunstungsluftkühler sein. Und glauben Sie mir, Sie werden ihn lieben. Und der ist ja nicht nur für diesen heißen Sommer, sondern auch für die nächsten Jahre. Aber nur jetzt in unserem Summer Sale. Also genau vor der richtigen Hitzewelle ist er jetzt für Sie im Preis reduziert. Die Bestellnummer ist die NX 1545 und natürlich die 569 am Ende. Nur damit bekommen Sie den TV-Sonderpreis. Der liegt hier und heute bei gerade mal 75,99 Euro. Aber nicht zu lange überlegen. Das Angebot ist begrenzt. Und dass es heiß wird, ich glaube, das ist kein Geheimnis. Man braucht nur mal aus dem Fenster rausschauen oder rausgehen, dann weiß man das. Und die heißen Tage, die richtigen, die kommen erst noch, wenn man den ganzen Artikeln und den Experten Glauben schenken darf. Und ich tue das. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe meinen Verdunstungsluftkühler. Und wenn Sie clever sind, gehen Sie jetzt auch ans Telefon. Gerne auch mehrfach vielleicht Kinderzimmer und Schlafzimmer. Und dann ist auch in tropischen Nächten mal, ich sage mal, der gute Schlaf einigermaßen sicher. Also jetzt ans Telefon.